Wir sind unterwegs Richtung Süden, zum Schiffswrack der Salem Express. Außerdem, wie immer mit dabei, tolle Aufnahmen rund um Hurghaden. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, zu Folge 6 von Run on the Way. Vor der Küste Safagas liegt eines der interessantesten Schiffswracks im Roten Meer. Die Salem Express. Das Schiff war 1991 auf dem Weg von Mekka nach Safaga gesunken. Berichten zufolge sollen mehr als 1000 Menschen an Bord gewesen sein, von denen lediglich etwa 200 das Unglück überlebten. Mit den Jahren nagte der Zahn der Zeit an dem Wrack. Und so kam es, dass die Laderampe am Heck des Schiffes nachgab und sich öffnete. Mittlerweile ziehen ganze Gruppen von Tauchern durch den Laderampe. Um mehr vom Inneren des Schiffswracks zu sehen. Auf dem Weg durch den Laderaum finde ich viele persönliche Gegenstände. Wie dieses Radio. Die Schiffskabinen jedoch sind immer noch ein Tabu. Aus Respekt gegenüber den vielen Unglücksopfern. Die Salem Express ist etwa 120 Meter lang und liegt auf ihrer Steuerbordseite in etwa 34 Metern Tiefe. Rings um das Wrack sind weitere persönliche Gegenstände verstreut und machen den Tauchgang damit zu einem der skurrilsten im Roten Meer. Viele der Rettungsboote sind mit dem Schiff untergegangen. Laut Berichten ereignete sich das Unglück in der Nacht. Und es blieb kaum Zeit für Crew und Kapitän, Rettungsmaßnahmen zu treffen. Durch die großen Fenster ist es möglich, einen Blick in die Brücke zu werfen. Nur elf Kilometer vom Zielhafen entfernt lief die Fähre mit voller Fahrt auf das Riff auf. Ein zehn Meter langes Loch war in den vorderen Teil des Rumpfes gerissen worden. Wodurch die riesige Bugklappe des Schiffes aufstrahlt. Sie klafft mit einem Spalt von mehr als einem Meter am Bug des Schiffes. Ich nehme an, dass auch sie in wenigen Jahren nachgeben und sich komplett öffnen wird. Schwarmfische wie diese Fuseliere ziehen vorbei. Entlang des Schiffrumpfes haben sich Hart- und Weichkorallen angesiedelt, die damit viele kleinere Fische als ihr Zuhause beherbergen. Nacktschnecken und Moränen sowie zahlreiche Anemonen mit Clownfischen tummeln sich an den oberen Decks. An den riesigen Schornsteinen ist noch gut das Logo der Salem Express zu erkennen. Die Natur überdeckt das Geschehen nach und nach mit Algenbewuchs, Schwämmen und Hartkorallen. Entlang der Gänge geht es weiter zum Heck des Schiffes. Dabei habe ich schon so einiges entdecken können. Wie freischwimmende Moränen oder wie in diesem Fall mehrere Rotfeuerfische. Zurück am hinteren Teil des Wracks sind die Aufbauten wunderschön mit Korallen bewachsen. Inzwischen befinden wir uns in etwa 15 Metern Tiefe. Von oben kann man in die Kabinen schauen, in denen sich ab und zu riesige Zackenbarsche befinden. Die Salem Express ist für mich eines der beeindruckendsten Wracks im Roten Meer. Und ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch. Jetzt wird es wieder Zeit für die besten Aufnahmen aus den letzten Wochen. Ich freue mich schon auf den letzten Wochen. Ich freue mich schon auf den letzten Wochen. Also brauche ich schon auf den letzten Wochen. Whenever we touch, praise my heartbeats If only you'd say it was mutual Longing for you more than I want How could I not when I keep thinking of you When it takes me back to life When it takes me back, back, back now 9-8-1-5- robots 10-8-2-7-1-1-5-2-8-3-2-5-4-3-2-4-4-4-4-5-5-7-1-1-2-5-3-4-2-4-1-2-4-5-5-5-5-5-3-4-4-5-5-7. Here is my daughter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 In der nächsten Folge von Run on the Way geht es auf nach Luxor. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis dann! Hey, 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 hey!